Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Heute bin ich hier im schönen Drausennetz, ich bin mit der Wasserwacht unterwegs. Heute werde ich für euch ein leckeres Chili zubereiten. Wie wir das machen, was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. So, für unser riesiges Chili, das wir heute machen werden, für die große Gruppe, haben wir jetzt natürlich einiges an Zutaten. Es schaut massiv so viel aus. Wir haben hier 2,2 Kilogramm Hackfleisch, hier haben wir Kidneybohnen, hier haben wir ein bisschen geschälte Tomaten, hier haben wir ein bisschen Mais, dann haben wir hier ein bisschen Kakao, hier haben wir Wasser, dann haben wir hier ein bisschen Bier, wo wir brauchen werden, hier hinten haben wir Zwiebeln, ein bisschen Whisky, wir haben Brühe, an Gewürze haben wir hier jetzt Kreuzkümmel, wir haben Majorano, wir haben Paprika, hier hinten haben wir noch Salz und Pfeffer und später werden wir uns hier ein paar Baguettes mit dazu machen. Und dann werden wir jetzt einfach einmal anfangen. Heute werden wir was ganz Spezielles machen und zwar haben wir hier heute einen Dreibeiner aufgestellt, da haben wir jetzt unseren Dutch Oven aufgestellt und jetzt werden wir hier einmal ein bisschen Öl hineingeben und das lassen wir noch ein bisschen aufheizen. Und wir werden jetzt anfangen, dass wir hier portionsweise immer nach und nach unser Hackfleisch anbraten werden. Unser Fleisch hat jetzt hier 10 Minuten schön scharf angebraten und jetzt haben wir hier Zwiebeln, was ich gerade in die Zutaten neu unterschlagen habe, das ist Knoblauch, den habe ich jetzt hier noch mit reingeschnippelt und jetzt werden wir hier unsere Zwiebeln mal schön anbraten. Jetzt werden wir anfangen, dass wir hier langsam ein bisschen Farbe ins Spiel bringen und wir geben unsere Gewürze dazu. Jetzt haben wir hier als allererstes Paprika, da geben wir mal zweieinhalb großzügige Esslöffel drüber, für das Erste und wir werden uns da langsam herantasten. Dann haben wir hier Kreuzkümmel. Kreuzkümmel ist ja vom Geschmack her sehr intensiv, deswegen werden wir jetzt hier nur einen Dreiviertel, ja einen bis einen Dreiviertel Löffel hier drüber geben. Dann kommt der Majoran dazu. Vom Majoran, da gehen wir wieder zwei Esslöffel dazu. Dann kommt jetzt das Abgefahrene, das ist ein bisschen Kakao. Können sich die wenigsten vorstellen, aber der Kakao gibt so einen richtig geilen, zartbitteren Geschmack einfach nochmal ab. Den gehen wir hier auch drüber. Das sind auch so zwei Esslöffel voll. Dann natürlich großzügig Salz. Und als letzter groben Pfeffer aus der Mühle. Und den Duft, den wir hier jetzt aufsteigen haben, der ist schon klassisch fürs Chili. Erkennt man sofort. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Whisky. Jetzt werden wir das alles hier ein bisschen mal mit Whisky ablöschen. Großzügiger Schluck. Dann haben wir hier gute 0,4 Liter Bier. Und die werden wir auch mit dazu gießen. Durch diese Flüssigkeit werden sie jetzt unsere Röstaromen unten vom Boden erst einmal schön ablösen. Und das bringt alles Geschmack. Heiß! Als nächstes werden wir jetzt hier unsere Kidneybohnen und den Mais mit dazu fügen. Und das werden wir jetzt alles mal ein bisschen unterheben hier. Das kann aber ein bisschen dauern, weil es ist sauheiß hier. Direkt vor dem Feuer. Jetzt werden wir noch unsere gehackten, geschälten Tomaten hier mit dazu geben. Hier habe ich jetzt für den Anfang mal vier Dosen. Und da werden wir dann schauen, wie viel das wir noch brauchen. Und die Tomaten werden wir jetzt auch vorsichtig wieder unterheben. Mittlerweile ist da wirklich gut Flüssigkeit ausgetreten aus dem Ganzen. Die Tomaten haben natürlich auch ihren Saft dazu getragen. Und jetzt gebe ich einfach nochmal 0,4 Liter Wasser hier dazu, dass einfach gewisse Flüssigkeit vorhanden ist, wenn es jetzt dann so schön vor sich hin blubbert. Und auch um mit dem Geschmack ein bisschen nachzuhelfen, habe ich jetzt hier ein bisschen Rinderbrühe. Da geben wir auch einen gehäuften Esslöffel hier noch mit dazu. Dann wird das Ganze nochmal kurz umgerührt. Dann geben wir unseren Deckel hier oben drauf. Und das Ganze kann jetzt dann für mindestens eineinhalb Stunden schön gemütlich vor sich hin blubbern. So, ich habe jetzt die Ehre, dass ich hier ein bisschen mit dem Motorboot fahren darf. Und da werden wir jetzt mal starten. Ich werde das Ganze ein bisschen filmen und da schauen wir mal, ob wir was Cooles zusammenbringen werden. So, wir werden jetzt den Motor mal starten. Und da ist es auch schon. Und los geht's. Wir zeigen. Und los geht es. So, jetzt werden wir mal ein bisschen Wellensurfen. Mal schauen, ob das klappt. Juhu! So, hier hinter mir sehen wir jetzt das Kraftwerk von diesem Stausee. Dieses Kraftwerk sorgt dafür, dass das Wasser in den Hochspeicher, der da irgendwo da weit oben liegt, hinaufgepumpt wird. Und das Wasser wird dann wieder heruntergelassen und das strömende Wasser treibt ihr durch die Kabinen an, wodurch ihr Strom erzeugt wird. Und wir werden uns jetzt wieder auf den Rückweg machen und ihr könnt noch ein bisschen zuschauen. Und jetzt fahre ich. Hehe. So, ich bin jetzt. Also hier eine wunderschöne Gegend an sich, wo man schön baden kann. Der Stausee in Drausnitz. Und da ganz hinten, wenn ihr jetzt an den Wasserwachtkollegen hier vorbeischaut, da seht ihr vorne die Staumauer und da werden wir jetzt auch nochmal ganz kurz hinfahren und dann ist unsere Bootstour auch schon wieder zu Ende. So, hinter uns haben wir jetzt die Staumauer. Hier wird der Pegel von dem Wasserstand hier im See gemessen. Je nachdem, wie der Wasserstand ist, wird das Wasser da abgelassen oder eben noch zugepumpt. Habt ihr sowas auch einmal gesehen. Und jetzt fahren wir wieder zu unserem Steg. Nicht zum Essenssteg, sondern zum Steg zum Anlegen. Und sehen wir uns dann wieder. So, unser Chili ist mittlerweile jetzt schon fertig. Und die Meute hat mittlerweile schon gegessen, weil wir gesagt haben, bevor wir wieder ewig warten müssen, essen wir erst und dann drehen wir hier weiter. Trotzdem werde ich für euch jetzt ein bisschen hier was hineingeben. Und ich werde das dann wieder für euch probieren mit einem kleinen Resümee. Kleines Pröbchen hier. Und das werden wir uns einfach noch fertig machen, indem wir hier einen Klecks Creme Fraiche mit rüber geben. Das darf der Fabian jetzt hier machen. Dann machst du das großartig. Danke dir. So, heute war das erste Mal, dass ich mal im Sitzen das Zeug verkosten werde. Aber ich mache es mir auch einfach mal gemütlich. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Okay, ich habe es natürlich jetzt gerade vorhin auch schon gegessen. Was ich hier bei dem Chili jetzt sagen muss, ist, mir fehlt hier die Paprika. Also wir haben beschlossen, oder es wurde beschlossen, dass keine Paprika mit dabei ist. Aus Gründen, die ich leider nicht weiß. Paprika fehlt hier definitiv. Und was ich gerne auch noch dran hätte, wäre jetzt irgendwie geräucherte Paprika, dass man einfach ein bisschen Rauchgeschmack mit dran bringt. Das ist auch was, was mir jetzt nicht fehlt. Der Jack Daniels an sich macht sie ganz gut da drin, auch mit dem Bier. Von den Gewürzen her haben wir noch ein bisschen Kreuzkümmel jetzt danach gereicht und ein bisschen Paprika. Und natürlich noch eine große Menge Salz, weil da hat einiges gefehlt gehabt. Aber ansonsten ist es ein klasse Chili. Ihr könnt es ja selber zu Hause dann nachwürzen, wie ihr es braucht, wenn ihr es gerne schärfer hättet, weil da war jetzt überhaupt nichts an Schärfe drin. So ist es halt, wenn man in größeren Gruppen kocht. Der Löffel macht auch einen Abgang. In diesem Sinne möchte ich mich auch von euch wieder verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Schön, wenn ich mal woanders kochen kann, nicht immer bloß zu Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch den Daumen nach oben da. Gebt mir einen freundlichen Kommentar. Wenn ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid, könnt ihr das hier oben jetzt gerne nachholen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs freundliche Zusehen. Euer MacAllister